3, Channas, Patakantabas Süßen, Lüftisch, Trüte, Getültisch, Nüß Denk hat ein Palizain, ja, was heißt denn das? 3, Chilis, mit dem kommt klar was 1, 2, 3, Chilis waren dabei Hallo, guten Morgen Lass uns mal ein kleines Hustenkonzept geben Räumer Hotzenplotz Der Hotzenplotz, der Hotzenplotz, der Hotzenplotz geht um Er hat ein großes Schießgewehr und macht einen Rippo-Rom Der Hotzenplotz, der Hotzenplotz, der Hotzenplotz geht um Er hat ein großes Schießgewehr und macht einen Rippo-Rom Der Hotzenplotz, der Hotzenplotz geht um Er hat ein großes Schießgewehr und macht einen Rippo-Rom Ja, das mache ich, danke schön! Schau mal, ich habe mich ja schick gemacht Wer hat sich denn von euch schick gemacht für den... Ja, alles klar Wo folgen ihr noch Angst? Warte mal, melden euch mal Ja, melden euch Geh, passt Geh, okay, also Wir nehmen alle Rob-Katzen zusammen Du hast Angst vor Rob-Katzen Das brauchst du nicht Das brauchst du nicht Dinos Du hast Angst vor Dinos Das brauchst du nicht Wir fällt auch noch einer ein Du hast Angst vor Justin Bieber Das brauchst du nicht Das brauchst du nicht Lach die Angst halbwach weg Lach die Angst halbfach weg. Dankeschön. Hätte jemand von euch Lust, mein Assistent zu sein? Ja. Würdest du mein Assistent sein? Applaus für solche Mannassistenten. Applaus für solche Mannassistenten. Applaus für solche Mannassistenten. Applaus für solche Mannassistenten. Guck mal, hier ist ein Schild. Assistent. Spast. Ein Mann und ein Hund. Der Mann ohne Mütze. Der Hund muss toll auf den Fähnen. Der Hund als Ferdinand. Der Mann spielt gerne in den Sand. Ferdinand zwei Ohren. Der Mann, der kommt aus Prag. Das liegt in Tschechien und ist ne schöne Stadt. Sie geben viel zu suchen. Sie finden nur einen Kuchen. Aber der schmeckt sehr lecker. Der Mann stimmt vom Bio-Bäcker. Meine Falle liegen in den Abgrund. Der Mann hat auf den Hund. Beim Hund, da geht die Luft raus. Ein Käfer gibt Applaus. Wie wieder einen Hund aus Luft. So ein Lisa-Plastik-Schub. Der Mann beärgert sich beim nächsten Mal. Kauf ich lieber einen roten Gummifisch. Wenn man ein Hund und ein Hund im Wald spaziert. Wie heißt das Röckchen, das Mädchen oder Frauen beim Ballett tragen? A. Nicht verraten. A. Tut-Tut. B. Tut-Tü. C. Tete-Tete. Tü-Ti. Oder D. Tam-Tam. Tü. Tü-Tü. Ist auch egal. Ist ein Kühl. Applaus für die beiden. Für Victoria, die kann ich richtig geholfen haben. Wisst ihr, was eine Polka ist? Eine Polka ist ein Tanz. Eine Gitarre. Ne, eine Polka ist ein Tanz. Wer hat gesagt, ein Tanz? Du. Okay. Victoria, komm mal ganz kurz bitte. Alles geht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das war die Polka. Victoria, ich danke dir. Doch sie kamen gesund und munter wieder nach ihrem schönen Zuhause. Da gab es eine Feier mit Musik und Tanz. Es war eine mächtige Sause. Und die drei, die brauchten am Schluss. Endlich mal eine Abenteuerpause. Hey! Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Drei, fünf, schau, mutter, die Prinzessinnen. Ich bin in ein schönen Land. Hey! Danke. Mein Name ist endlich. Dann rückst du mich von den Spanzen mal ein bisschen. Ein bisschen die Plastik machen. Genau, ja. Ist ja gleich viel noch, aber genau. Wer hat zu Hause noch ein Kuscheltier? Ich. Ich. Ja, okay. Ich. Du kriegst zwei Erwachsene. Ah, du traust dich auch. Genau. Ihr habt keine Kuscheltiere mehr. Du hast noch eine, Victoria? Nein, Bär. Du hast auch alles. Was hast du denn für? Ein Bär. Okay. Ich habe wenig Geld, bin gar nicht mehr. Aber ich habe meine Teddy Bär. Ich wohne in der Würge und nicht am Meer. Mit meinem Teddy Bär. Mein Leben, das wäre zu furchtbar, der. Oder bei einem Zupa-Dupa. Weichen, knoderigen, Teddy Bär. Ich. 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 Und du kommst, ja. Und dann lasst euch nochmal zum Schluss richtig gehen jetzt nochmal. Ja. Und du Solo-Roberto. Farnab-Solo. Cowboy-Und-CD-Schlag-Solo. Ja. Animation-Solo. Ja. Applaus Chippie, chippie, hey hey Hoa hoa, chippie, chippie, hey